Jo, liebe Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5, wie sorry. Wir sind immer noch am Start mit unserem guten Freund Franklin Clinton. Ähm, was? Achso, Fallschirm und davor war es ja ein längerer Kick mit war. Ja, in der letzten Folge haben wir den Manweather mal eben einen ordentlichen Haufen an Waffen und einen Jet abgenommen. Mit unserem Kumpel Trevor. Ähm, ja. Und jetzt sollen wir, haben wir eine Mission für Leicester. Und danach werden wir wahrscheinlich mal zum Michael wechseln, weil dann ist noch eine Büro-Mission offen. Ähm, die wir auch auf jeden Fall dann in der nächsten Folge machen werden, aber jetzt erstmal... Alter, was fährst du dir in die Kacke zum Rechts-Lügen? Rechts-Lügen, so hauptsache da nämlich rein, oder was? Idiot. Hm. Ne, wohl gesagt, es ist nicht Lama. Ähm, ja, ich weiß, es sind immer noch ganz viele Neemissionen offen. Aber jetzt habe ich erstmal Bock auf Hauptmissionen. Ich mache jetzt erstmal Step-R-Step die Hauptmission und dann gucken wir mal immer noch über die Neemissionen vielleicht am Ende noch machen. Aber jetzt erstmal ein bisschen weiter Story. Oh Gott, das ist glaube ich die letzte Mission und ich auch alle zur Folge, die ich aufnehme. Wenn ich gerade schon so müde bin. Gut. Ja, aber erstmal letzter. Da ist das Telefon. Das habe ich gesucht. Das ist doch ne... Na, ist doch noch ein Auftrag zum Wort. Das ist mir, dog. Wo sind wir? Wir sind Enzo Bonelli, Mafia-Guy-Turnd-Real-Estate-Developer. Er hat seinen Weg auf eine halte die Begründung in Los Santos gezwungen. Extortion, murder, labor-racketeering, du sagst. Es gibt keine Konstruktion-Werker in der Stadt, um ein Läuble-Wage zu verdienen. Und Gold Coast-Development ist jetzt überstehend. Und lass mich sagen, du hast eine persönliche Interesse in Gold Coast, oder? Anyone denkt, du hast das vorher gemacht? Na, okay. Und hätte der LKW mal nicht gerade mein Auto weggeräumt, dann hätte ich tatsächlich, äh... Hätte ich tatsächlich ein Auto gehabt. Begib dich zur Baustelle! Das wird eine etwas hartere Mission werden. Wahrscheinlich wird das auch die letzte Mission sein. Weil ich denke, das wird jetzt nochmal eine richtige heftige Mission werden. Aber, gucken wir mal. So. Meine Güte, ihr fahrt da auch in euch den Müll zusammen. Okay, dann sind wir aufs Dach. So einfach würde es wahrscheinlich nicht werden. Und die Frage ist, wir müssen da jetzt irgendwie... Ey, das ist... Oh, das sind mal eben ein paar Voll... äh, paar Gegner. Dann machen wir schon mal hier unten ein bisschen auf. Räumen wir... Wenn ich alles von vorne geließe von... Okay. ... Wieso? So, wir nehmen Munition mal mit. Okay, der gehörte tatsächlich sogar dazu. So, das ist gut. War gar nicht mal so dumm, die Idee. So haben wir zumindest schon mal... Grob. Warte, der ist hier oben. Warte mal, ich brauche einen Aufzug. Da haben wir zumindest mal grob schon mal seine Leute weg. Hinten muss der Aufzug sein, ne? Warte mal. Da kriegst du nicht. Oder ist es hier nur ein Kran? So, ich muss ja jetzt... Ich muss nicht nur orientieren. Ich habe Gott sei Dank jetzt gerade da ein bisschen Luft. So, wir müssen jetzt... Aber da ich den einen der E erschossen habe, da hinten... Kann das theoretisch sogar sein, dass der Aufzug da auf der Seite war. Wäre mal eine Idee, ne? So, Aufzug zu aktivieren und einmal hoch. so Null! Skaal! Der ist tot. Der da hinten ist ja. Na komm noch. Der ist tot. Der hab ich ein bisschen nervös gemacht gerade auf der Seite. Hab ihn. Hab ihn tot. Ist aber nett, dass ich mir freiwillig unterkomme. Ich brauch Energie. Gibt's hier kein Medikit oder so? Halt, ich hab kaum noch Energie. Ich weiß nicht, wenn es immer noch ein Medikit gibt. Gäbe. Ich hab noch kaum mehr. Na gut. Und dann auf jetzt. Ich mach das Magazin rein. Zack, zack, zack. Na, ich hab, dass es jetzt ganz rum durchgeht, dass es nicht da irgendwie noch einen Zwischenstopp kippt. Boah, für mich wär das aber gar nicht. So, der ist tot. Nein, ich hab den Heli fast runtergehalten. Schon weggehabt. Scheiße. Ich hoffe, dass ich den letzten Punkt noch machen muss. Und ich nur... Ja, muss ich nur. Oh, tschüss. Da oben ist ein Kran, ist noch einer. So. Na, nett. So. Funktioniert ja. Einmal kurz gestorben und dann haben wir es aber noch auf die Reihe bekommen. Hippie. Oh, 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 oh. Ich hab, ich muss nochmal neuertet. Das hat ihr jetzt bieten. Scheiße, Mann. Tschüss, Hedi. Tschüss, der nächste Tod. Da fehlt noch der letzte. Dann haben wir es. So. Gut. Dann haben wir das aber nicht. Alter. Was war das denn? Das ist eine Scheiße gerade. Gut, zwei... Wir sind sogar zweimal gestorben. Läster. Dankeschön. Bestand. Born auf der Bauchstelle. So, 10.000 verdient. Gut, ich hab die Müllte gegen den Kontrollpunkt. Ja, ich muss... Ich bin halt einmal kurz vorher gestorben, weil ich keine Energie mehr hatte. Oben auf dem Dach sogar schon gestorben. Also ich bin wirklich bis einmal ein Zug so oben aufs Dach gehört gekommen. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Äh, jetzt können wir mal zum Maike wechseln. Weil der hat noch eine Pro-Mission offen. Ja, ha, 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 ha. Und ich hoffe, dass es die ist, die ich wirklich cool finde. Maike fährt mit dem Boot, okay. Gut, ich denke, Sie wissen, wie gesagt, nichts von der Sitzung ist. Du hast es gut gemacht. Mach, du hast es gut gemacht. Hey, schau. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Wo ist sie? Sie ist sicher. Schau, ich will einen Weg finden, um das mit dir zu machen. Das dauert etwas, was zu tun. Hey, warum hast du deine Augen öffnet, Scheiße? Oh, ja? Tucka? Okay. Gut. Ja, ja, alles gut. Ich wollte mich gerade bedanken, mein Idiot. Ähm. Ich brauche ein Motorrad. Geh mal, ja. Tracy Härtensbrecher. Oh, oh. Ähm, ja. Gut. Die nächste Mission mit dem B, mit dem Bureau. Die ist sogar gar nicht mal so weit weg von hier. Die ist quasi hier um die Ecke. Das heißt, wir machen mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5. Genau, setz deinen Helm und Ruhe auf. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5. Und dann gehen wir die Mission an. Mit dem guten Michael. Ne? Bis dann. Und auf Wiedersehen. Ich wünsche euch Spaß. Tschüss. Tschüss. Tschüss.